Hauptsache es läuft Anime Musik bei Uitopia. Du, ähm, dann erstatte ich dir den Betrag gleich wieder zurück, damit ich das... Dann schick mir das Ticket an dich nicht raus, aber ich kann dir den Japan-Tag empfehlen. Der Japan-Tag war schon... Ganz ehrlich, mittlerweile ist doch gefühlt jeden Monat irgendwo eine Anime-Convention in Deutschland, oder? Also ich glaube, wenn du Anime-Manga-Fan bist, kannst du, glaube ich, gefühlt im Drei-Wochen-Takt durch Deutschland touren.